So ist es richtig. Das Verb brauchen braucht den Akkusativ. Also wen oder was brauchen. Zum Beispiel. Ich brauche dich. Ich brauche Wasser. Ich brauche Geld. Ich brauche einen Freund. Negativ, wen oder was, nicht brauchen. Auch hier steht der Akkusativ. Ich brauche dich nicht. Ich brauche kein Wasser. Ich brauche kein Geld. Ich brauche keinen Freund. Mit einem Verb wird es so verwendet. Etwas nicht zu tun brauchen. Also brauchen plus nicht plus zu plus Infinitiv. Ich brauche das nicht zu tun. Du brauchst nicht anzurufen. Wir brauchen nicht zu arbeiten. Sie brauchen das nicht zu bringen. Wenn wir dasselbe aber positiv ausdrucken möchten, brauchen wir das Modalverb müssen. Also etwas tun müssen. Ich muss das tun. Du musst anrufen. Wir müssen arbeiten. Sie müssen das bringen. Wir brauchen die optimistic. Wir brauchen zwei Sch sabotellen. Ich brauche das nicht zu her moon. Wir brauchen die CNC. Wir brauchen die Hand sorta gleiche.